Ich liebe meinen PC. Also Leute, wir haben das letzte Mal da hinten aufgehört und ich habe die Wanze von da hinten bis hierhin geschleppt, also das, was ich euch letztens schon gezeigt habe. Und ja, mittendrin war mein PC, warum auch immer, abgespackt. Also ich zeige euch das nochmal. Ich bin von da oben, von da. Ich bin den Weg gegangen und dann halt dahin. Ja, mehr habe ich nicht getan. So. Und jetzt gucken wir mal, wo das nächste kleine Bart ist von unserem Freund. Sly. Ich bring mich nicht zur Weißgut. So. Wo kann unser Kumpel das nächste Mal baden? Da, okay. Gut. Dann gehen wir nochmal zu unserem Freund. Neh, ne, wieder Huckepack. Also besonders lange hält er natürlich nicht durch. Das muss ich schon sagen, bevor er beginnt, rumzummeckern. Boah, ne, 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 ne. So. Boah. Das war knapp. Eben rennt hier noch kein Eimer rum. So. Boah. Ja, ist gut. So. Da kommt Elephant. So. Gucken. Ich muss immer noch da hin. Boah. Größenumbring hätten wir aber auch echt nicht machen können, ne. Nein. Nein. Guter Junge. So. Du bleibst man schön da. Nein. Boah. So, mal gucken. Dann sehe ich schon etwas. Jawohl. Okay. Ich denke, das ist besser, wenn ich einmal kurz gucke, bevor ich irgendwie verpeilt durch die Gegend laufe und der kleine Schläck nur Alarm. So. Okay. Ja, ist klar. Lass mich. So. Jetzt kannst du meinetwegen. Jetzt darfst du abhauen. So. Oh. Gott. Ey, nein. Boah, ja. Mach doch noch mehr. Nein, 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 nein. Boah. Haut ab. Haut bloß ab, ey. Boah, ey. Genial auf den Keks. So. Hin zu unserem kleinen Freund. Zimmer. Oh, Entschuldigung. Du glaubst du, oder? Ähm, müssen wir nicht hin. Bestimmt hier hoch. Dann war. Der hoch. Geh da weg. Geh da weg. Geh da weg. So. Danke. Und jetzt mein kleiner Freund. Auf geht's. Schneller, schneller, schneller. Nein. So. Boah, du warst eben auch schon wieder nicht da. Oh, mein Gott, ey. Ich bin nicht da. Ihr seht mich nicht. So. Naja, die geht's immer auch. Prima, ne? Muss ich mir jetzt dann. Das wieder ein. Okay. Gut, mein kleiner. Bist du denn jetzt da? Nein! Wo kommt denn jetzt wieder her? Oh, ich krieg noch zu viel. So. Okay. Ich sehe da oben. Hm. Da oben ist... Aber... Wollte jetzt nicht, dass ich... Geht das? Super. Boah, warum... Da oben ist... Verdächtigerweise ein... Ich sehe auch volle Kanne, wo ich nicht springe. So. Ich nehme mal wieder den komplizierteren Weg. Also müsste ich theoretisch... Hier lang. Ich gehe jetzt mal gucken. Boah, der wird doch zerquetscht gleich an der Wand, oder? Ich glaube, das ist sogar das Ziel, wa? Ich hasse ihn. Boah, ja. Komm, einfach, Herr Kleiner. Wir machen das jetzt. Ja, seht ihr, der wird doch volle Kanne zerquetscht. Ja, mal kleine. Und da soll ich jetzt hin? Mit dem Kleinen? Okay. Boah. Wow. Und, und. Oh, Gott, nein! Nee, ne? Ey, mir, das ist jetzt... Wo fange ich an? Nee, ne? Nee, hehehe. Leute, nee. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Nee, 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 nee. Ihr wollt mich doch verarschen. Ihr wollt mich doch echt verarschen. Fass das ja wohl nicht. Das ist doch wohl echt nicht euer Ernst. Ich glaub das nicht. Boah, ja, kommen doch gleich wieder alle an. Ich glaub das echt nicht. Ich glaub das nicht. Das ist... Äh, ne. Das ist doch echt nicht euer Ernst. Tsch. Oh. Das ist doch echt nicht zu fassen. Nee, ey. Das könnte doch nicht bringen. Boah, ey. Hau bloß ab. So. Machen wir das alles mal hoffentlich im Schnellverfahren. So. Na genau, den fähre ich trotz allem erstmal. So. Boah. Boah. Ja genau. Warum auch nicht? So. Boah. Kleiner Freund. Genau. Müsste hier sein. Boah. Boah. Sag mal. Mein Gott, gehen die mir auf den Nerven. So, schneller. Nein. Warum ist der denn da schon wieder? Hm, aber gerade noch so drin. So. Ich fasse es echt nicht. Das haben die echt gebracht. So. Jetzt aber. Das ist doch echt nicht... Wo muss ich denn bitte hin? Hm? Wo? Ist ja egal. Das ist aber der Tresor. So muss ich erst da hin. Oh Gott. Nein. Oh, Leute. Ey. Leute, ich mache das gerade offscreen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.